Der gute alte Stefansdurm. Wir kennen ihn alle. Insgesamt 107,2 Meter lang und 34,2 Meter breit. Sein Südturm ist 136,44 Meter hoch, der Nordturm 68,3 Meter. Die Größe einer Fläche und den Höhenunterschied zwischen zwei Türmen könnt ihr ja schon berechnen, aber wie geht das mit diesen Kommazahlen? Das fragen wir am besten Al-Khawarizmi, dem Experten fürs Rechnen mit Dezimalzahlen. Das Rechnen mit Dezimalzahlen ist ähnlich wie das Rechnen mit natürlichen Zahlen. Der einzige Unterschied ist, dass ihr auf das Komma achten müsst. Beim Addieren und Subtrahieren müssen die Zahlen, mit denen ihr rechnen wollt, stellenwertrichtig untereinander geschrieben werden. Ein kleiner Tipp, es genügt auch, wenn ihr darauf achtet, das Komma untereinander zu schreiben, dann ergeben sich die anderen Stellenwerte von selbst. Nehmen wir die Zahlen 324,54 und 27,095 und rechnen davon zuerst die Summe und dann die Differenz. Zuerst schreiben wir sie stellenwertrichtig untereinander. Achtung, diese Zahlen haben unterschiedlich viele Dezimalstellen. Deswegen könntet ihr hinter die letzte Stelle eine Null anhängen oder sie euch einfach vorstellen. Dann beginnt ihr mit der kleinsten Stelle, die Zahlen zusammenzuzählen. Hier ist das die tausendstel Stelle. 5 plus 0 ist 5. Die 5 schreibt ihr an. 9 plus 4 ist 13. Ihr schreibt die 3 an und nehmt die 1 weiter zur zehntel Stelle. 1 plus 0 ist 1. Plus 5 ist 6. 7 und 4 macht 11. Ihr schreibt 1 an und nehmt 1 zur zehner Stelle mit. 1 plus 2 ist 3 und 2 macht 5. Die 3 an der hunderter Stelle bleibt unverändert. Am Ende fügt ihr dann noch das Komma hinzu und schreibt eine Summe von 351,635. Wenn ihr die Differenz dieser beiden Zahlen berechnen wollt, ändert sich an der Schreibweise der Stellenwerte nichts. Ihr subtrahiert nur noch die beiden Zahlen. Probiert es doch mal alleine. Das Ergebnis sollte 297,445 lauten. Auch beim Multiplizieren rechnet ihr mit Dezimalzahlen genauso wie mit natürlichen Zahlen. Ihr müsst am Ende nur das Komma an der richtigen Stelle einfügen. Zum Beispiel 56,3 mal 0,93. Eine 0 beim zweiten Faktor könnt ihr erstmal ignorieren und beginnt mit der 9, die Zahl 56,3 zu multiplizieren. Das Komma müsst ihr am Anfang auch nicht beachten. Das ergibt 5067. Dann wird an die letzte Stelle ein Punkt gesetzt und 56,3 wird mit 3 multipliziert. Das ergibt 1689. Dann addiert ihr die Zweiteilergebnisse. Das ergibt 52359. Jetzt zählt ihr bei den beiden Faktoren die Stellen nach dem Komma. Die Zahl 56,3 hat eine Dezimalstelle und die Zahl 0,93 hat zwei Dezimalstellen. Die Rechnung hat also insgesamt drei Dezimalstellen, die im Ergebnis wieder auftauchen müssen. Dazu zählt ihr beim Ergebnis drei Stellen von rechts nach links und setzt dort das Komma. Das Ergebnis lautet dann 52,359. Beim Dividieren von Dezimalzahlen ist wichtig darauf zu achten, dass der Divisor, also die Zahl, durch die ihr dividiert, kommafrei ist. Beispielsweise bei der Rechnung 45,55 dividiert durch 0,5. Die 0,5 ist hier der Divisor und hat eine Dezimalstelle. Deshalb multipliziert ihr die ganze Rechnung mit 10. Dann verschiebt sich das Komma bei beiden Rechenteilen um eine Stelle nach rechts. Die neue Rechnung lautet dann 455,5 dividiert durch 5. Die 5 passt in 45 genau 9 mal. Nächste Stelle 5 herab. 5 passt in 5 einmal. Nächste Stelle 5 herab. Geht wieder genau einmal. Aber Achtung! Diese Stelle ist eine Dezimalstelle. Daher kommt jetzt im Ergebnis das Komma. Schon habt ihr das Ergebnis 91,1 und 0 Rest. Na gut, so können wir die Differenz der Höhen der zwei Türme berechnen. Beim Subtrahieren rechnen wir die größere Zahl minus der kleineren Zahl. Das ist 136,44 Meter minus 68,3 Meter. Richtig untereinander geschrieben sieht das so aus. Wir beginnen bei der kleinsten Stelle. Null und wie viel fehlt auf 4? Das sind 4. 3 und 1 macht 4. Jetzt setzen wir das Komma. Acht und wie viel fehlt auf 16? Das ist 8. Die 1 nehmen wir mit zur 10er Stelle. 6 und 1 ist 7 und wie viel fehlt auf 13? Das ist 6. Die 1 nehmen wir wieder mit. Dann haben wir 1 und 0 fehlt auf 1. Die Null muss nicht mehr aufgeschrieben werden. Insgesamt beträgt der Unterschied zwischen den beiden Türmen 68,14 Meter. Die Gesamtfläche, auf welcher der Dom steht, berechnen wir, indem wir die Länge mit der Breite multiplizieren. Also 107,2 mal 34,2. Das rechnet ihr selbst mal aus. Und vergesst dabei nicht, insgesamt gibt es hier zwei Dezimalstellen. Das bedeutet, nachdem ihr die Teilergebnisse addiert, tragt ihr nach der zweiten Stelle von rechts ein Komma ein. Euer Ergebnis lautet dann 3666,24 Quadratmeter. Der Stephansdom nimmt also etwa eine Gesamtfläche von ungefähr 36,66 R ein. Da Steffel, so richtig XXL. Da Steffel, so richtig. 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 Vielen Dank.